Hallo Internet und Willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil sind wir in die Arkham Villa eingedrungen, um die Krabbenbürger Geheimformel zu finden. Nein, natürlich nicht die Krabbenbürger Geheimformel, sondern die geheime Titanformel, hinter der auch der Joker her ist. Und da haben wir diese Bibliothek vorgefunden, in der diese beiden Personen böse an dieses Paket und gefesselt waren mit der Drohung, dass der Joker Lachgas in den Raum hineinflutet. Aber Batman konnte es natürlich veralteln, und zwar indem er, wie immer, extrem viel Kollateralschaden verursacht hat. Und er hat nämlich einfach diesen Leuchter hier runterkrachen lassen, um die Leute dann zu retten. Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, möchte ich sagen. Und ich bin dann am Ende vom letzten Teil ein bisschen wirrlos hier umhergerannt, weil ich nicht mehr genau wusste, wo es lang ging. Aber jetzt weiß ich es wieder. Wobei ich auch gerade wieder sehe, da oben könnte man nochmal das Gitter rausreißen. Das ist bestimmt eine Render-Trophäe. Ja, hat mir doch fast gedacht. Ha, ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlichen, strahlerischen Autos geschnitten hätte. Ha, du bist doch nur neidisch, dass du nicht so ein Auto hast. Du mit deinem grünen Probi-Car hier. So, hier ist wieder seine Amadeus-Acken-Statue. Sie brachten das Tier zu mir, schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Oh, wenn die Situation nicht mehr eskaliert, möchte ich sagen. Ja, genau. Jetzt laufen wir wieder zurück in die Haupthalle. Da ging es weiter. Der hände wir nämlich noch nicht hier vorne links. Aber das machen wir jetzt mal. Machst du meine Freunde an, oder was? So, leg dich hin. Mach Bugu. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht er alarmlos und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Ja, die Dinger sind sehr lästig. Werden wir noch sehen. In dem Fall dieses Let's Plays. Da jedes Mal, wenn ich jetzt jemanden von den bösen Buben ausschalte, die solch eine Manschette haben, natürlich die anderen durch dieses nervige Geräusch dann sofort alarmiert werden. Und ja, mehr oder weniger Batman sich verrät. Nein, da geht's noch nicht lang. Da oben kann ich auch noch nicht lang. Da muss ich wohl über übel hier rein. Da brauchst du schon mehr als in dieçosHouting. Traum. Hol Joker and Kenny. Sag ihm, dass er nichts sagt! Sag uns, wo die S chaque, wer ihn ist. Sag es uns, oder wir schneiden deine andere Hand ab. Mach was du dich. Ich rede nicht. Aber sicher, Arlulous ist schon auf dem Weg nach oben. Sie kennt wie, geht, eine Zunge zu lösen. Und du willst nicht herausfinden, wie sie das anstellt? Sie kann machen, was sie wählt. Wähle nicht. Und Punkt. Hängen wir uns hier hin und warten darauf, dass dieser Scherzkeks unter uns langläuft. Wobei ich glaube, es passt gar nicht, wenn er Distanz schützt. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil der Wasserspiel schon wieder über dem Vorsprung ist. Leider. Ja, er kommt gar nicht so weit. Ich werde da will, machen wir das einfach so. Schade. Wäre geil gewesen. So. Schon wieder hat es einen erwischt. Ja, jetzt sind sie alarmiert. Den kicken wir schnell um hier. Oh, der hat mich gesehen. Okay, aber ich konnte ihn dann kommen. Trotzdem gucken die Kollegen jetzt natürlich auf die Wasserspeier. Dem können wir aber relativ gut entgehen, indem wir uns einfach... ... in den Bodenplatten zu verstecken. Okay, man sollte die ganzen Bücher laufen jetzt zu zweit rum. Dann kann ich den nicht ausschalten, weil sobald ich den anderen ausschalte, sieht der andere Kollege das natürlich. Das ist schlecht. Die Bledermass ist zurück, er ist hier drüben. Ach, jetzt haben sie den anderen Kumpel gefunden. Na warte, dreh dich um. Ah, Mist. Ich kann jetzt hier nicht raus, weil ich habe Angst, dass er hinter mich sieht. Egal. YOLO! Wunderbar. Hat sogar funktioniert beim Plan. Jetzt nochmal schauen. Wer zum Teufel will, schon einen alten Raum voller Tücher geschickt. Seid ihr blinkt! Seht auf den Boden! Darum nicht, was und das gefällt mir nicht! Ah, du siehst einer langkommen. Ihr habt den Bosch gehört! Komm schon, geh rechts lang. Das siehst du aber eher so aus, als würdest du links lang gehen wollen. Kommt hier rüber! Alle, zu wir! Ich könnte ja eigentlich auch mal... Mittlerweile habe ich ja meinen ferngesteuerten Batarang. Lasst ihn hier auf und finden die Fledermaus! Warte, ich gebe dir Deckung! Könnt ihr euch nicht mal aufteilen? In jedem schlechten Horrorfilm teilen sie sich zuerst erstmal auf. Warum könnt ihr das nicht machen? Ach Gottchen, ey! Machen wir mal folgende... Locken wir die mal auseinander. Wobei, der geht jetzt schon alleine da hin. Wir werfen mal einen Batarang da hin. In der Hoffnung, dass sie es hören. Wieso will Joker, dass ein alter, staubiger Raum von der Bücher bewacht wird? Er ist zurück! Ich gehe um ihn raus! Ach, verdammt! Da war ich jetzt zu ungeduldig. Ach, Mist! Aber nein, das war natürlich alles geplant, denn ich wollte euch nur Harley Quinn zeigen. Doch, glaubt mir, das... Nein, okay. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Jetzt wissen wir ja schon, dass der Kollege hier lang geht. Dich ausschalten. So, eins. Passt das noch? Nee, leider nicht. Zwei. Zwei. Ja, machen wir dir das gleiche Spiel. Komm schon nach rauf. Du jetzt auch, Kollege. Wupp, er hat mich gesehen. Jetzt haben wir wieder diese drei Goonies zusammen. Vergesst nicht, die Manschetten verraten mir, wenn ihr ohnmächtig werdet. Das ist sehr praktisch. Sie sind nämlich teuer. Ja, aber der ist jetzt glücksichtigerweise relativ allein. Ah, verdammt, sie haben mich gesehen. Wie ging das denn? Von wo haben die mich denn gesehen, bitte gerade? Albengrütze. Oh, pass auf. Nicht auf mich schießen, das ist nicht so nett. So, noch ein. Sind sie nur noch zu zweit. Jetzt sollte das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Ich dachte, die Manschetten könnten beim Einfangen der Fledermaus rieven. Manschetten. Wo bist du? Komm doch noch ein Stückchen näher. Komm, komm. Ach, leck mich doch. Schnapp ich mir dich so. Ähm, ja, den letzten, den kriegen wir jetzt auch noch. Ah, der ist richtig Angst, der Gute. So. Binnen wir die mal los. Batman, wir sind gefesselt. Wir brauchen Hilfe. Danke. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnungen finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben Sie hier. Ich werde sie finden. Kein Problem. Ich versuch's mit dem Funk. Ich seh nach, ob jemand da ist. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist daran so wichtig? Ja. Das frage ich mich auch immer, wenn ich Let's Place mache. Genauso lang. 20 Minuten oder mehr, was ist daran so wichtig? Ja. Das heißt, wir müssen da jetzt lang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier oben da so lang komme. Das funktioniert oder nicht. Erstmal ist da oben ein schönes Lüftungsschachtgitter, was Betten mal wieder mit purer Aggression herausreißen kann. Ich finde aber schon auch was Schönes. Ah, okay. Das wäre anscheinend einfach nur ein... Ah, nein. Doch nicht. Wir sind in einem gesperrten Bereich. Ah, eine Riddler-Trophäe. Okay. Wir ziehen auch weiter. Scheint jetzt nicht so zu sein. Aber hier gibt es doch bestimmt noch mehr zu entdecken, oder nicht? Ja, das war noch ein schönes Gitter. Nicht da! Da! So ist gut. Wieder so ein Raum. Ah, aber hier liegt ein Tonband. Wunderbar. Patientengespräch Nummer 1. Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Balfi an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erleden. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frauen und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfällig zu sprechen. Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Da drin ist jemand. Er ist es. Wir haben ihn gefunden. Brech die Tür auf. Nun ging es an mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg. Sofort runter auf den Boden. Wir haben sie gefunden. Jemand muss einen Arzt holen. Oh Gott, was hat er ihm angetan? Sehr schön, dass wir jetzt auch mal ein Gespräch von Scarecrow hatten, der, obwohl er ja selber Insasse in der Anstalt ist, trotzdem noch meint, er müsste weiterarbeiten als Psychologe und, ja, wie wir gerade mitbekommen haben, sich mal gerne an den Patienten vergeht. Jetzt haben wir aber genug hier rumgeschnüffelt. Dann wird Zeit, dass wir endlich mal diese Formel finden. Arkem auf sich, könnt ihr mich hören? Arkem auf sich. Sicht hört ihr mich? Ich glaube irgendwie nicht, dass ich hier durchkomme, oder doch? Doch, wunderbar. Geil. Okay. Ist er mir des zurückgeworden oder war ihm nur schwindelig? Du suchst selbst die Aufzeichnung im Bett. Na, viel Glück. Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärzte bearbeitet. Die quetschen die Formel schon aus ihr raus. Ganz gut schweißen die Formel, die da alles auseinandernehmen. So oder so kriege ich die Formel. Wieso gehst du nicht auf? Los, leg dich in uns stillen, endlich. Ah. Ja. Das war die Zelle, in der Amadeus Arkem schlussendlich selbst eingeliefert wurde. Und wie wir sehen können, hatte der gute, äh, ja, so ein bisschen Tine Wittler gespielt. Seine Zelle ein bisschen verschönert. Aber ich glaube, mehr gibt es hier auch gar nicht mehr. Ja. Das war es schon wieder. Also raus hier. Ich möchte endlich diese verdammte Formel finden. Ich habe schon wieder ein bisschen die Orientierung verloren. Von da kam ich, okay. Das ist wieder typisch. Ich laufe, ich habe die Chance vor lang zu laufen und ich entscheide mich prinzipiell immer für den falschen Weg. Wie auch jetzt wieder, denn diese Tür ist verschlossen. Äh, die sind auch verschlossen. Das ist ja jetzt doof. Aber das ist definitiv die Tür, wo ich durch müsste. Aber da komme ich nicht durch. Gut. Dann machen wir das anders. Dann laufen wir den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Fremdliche Bitte um Verlegung. Na egal. Das schaue ich jetzt nicht extra nach. Ja, dann gehen wir mal jetzt noch hier nach links. Ach, er geht auch nicht. Ach Gott. Dann ist da doch schon wieder irgendwo ein Lüftungsschacht oder irgendwas, den ich Pilo jetzt nicht gesehen habe. Ah. Wir sind jetzt eigentlich schon wieder bei 20 Minuten, aber ich möchte unbedingt jetzt noch diesen scheiß Gang finden. Das gibt es doch nicht. Hallo, hallo. Falls jemand auf diesem Kanal sendet, bitte melden. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber hier. Ja, da muss doch was sein. Vielleicht da oben irgendwo. Dann war ich wahrscheinlich hier doch richtig. War nur wieder zu blöd, es zu bemerken. Ja, natürlich. Was auch sonst. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich hab's. Nü, was hast du vor 10 Minuten gesagt? Du kannst es ihm sagen. Ich werde es nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf. Verdammt. Du bist ein Idiot. Joker wird nicht glücklich sein. Und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still. Ich versuch's. Ich versuch's. Du musst mir das nicht... Tja, Jungs, das ist echt nicht euer Tag. Jokers Schläger versuchen, in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, und wenn wir uns an das Riddler-Rätsel erinnern, wenn dieser Ghoul wieder aufersteht, dann gibt's Ärger. Und was haben wir hier? Ein Leichensack. Ra's al Ghoul. Schauen wir uns doch schnell die Charakterbiografie an. Ra's al Ghoul. Über die frühen Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghoul ist nur wenig bekannt. Fest steht nur, dass der Kopf des Dämons, so die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderte dank der Lazarusgrube überdauert hat, die ihn auf wundersame Weise immer wieder verjüngen. Ra's al Ghoul ist ein strategisches und organisatorisches Genie, das sich die Bewahrung der Erde vor der ökologischen Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erdbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat. Batman ist in seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Al Ghouls schöner Tochter Talia. Beruf internationaler Terrorist. Das ist ja nochmal eine Stufe höher als Berufsverbrecher. Genialer Denker und Stratege, überragende Kraft und Ausdauer, hervorragender Nahkämpfer mit tausendjähriger Ausbildung, dank seiner Lazarusgruben nahezu unsterblich, befähigt eine Legion von Anhängern, die sich der Realisierung seiner Vision eines irdischen Paradieses verschrieben haben. Ja, in den Christopher Nolan-Filmen wurde Ra's al Ghoul gespielt von Liam Neeson in Batman Begins und in The Dark Knight Rises hat er auch noch einen kurzen kleinen Auftritt gehabt. Und ja, in den Comics ist Ra's al Ghoul so mehr oder weniger unsterblich, da er einen Jungbrunnen hat, der ihn immer wieder verjüngt. Aber ansonsten ist er eigentlich genau dasselbe wie im Film auch. Er hat da seine Liga der außergewöhnlichen Gentleman und ja, theorisiert so ein bisschen die Leute. Gut, da die Zeit jetzt schon wieder recht weit fortgeschritten ist und ich einfach zu blöde war, den Weg zu finden und anschließend auch noch zu blöde war, die Leute auszuschalten, sind wir hier nicht ganz so weit gekommen. Aber ich halte jetzt endlich meine Klappe, denn das Video wird immer länger. Oh mein Gott, das Ablohnen, das wird immer länger dauern. Tschö, bitte.